Heute vergleichen wir Fischstäbchen von Frosta versus Lidl. Solche Produkte esse ich vor allem wegen dem Mundgefühl, außen knusprig, innen drin saftig. Und deshalb toaste ich meine Fischstäbchen mit Sonnenblumenöl. Beide riechen gleich, außen knusprig, innen drin weich. Geschmacklich sind sie gleich, die Zutaten sind gleich, denn beide kommen von derselben Fabrik. Und deshalb ist Lidl der Sieger.